Wisst ihr, ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die gerne Speedrunnen, um anstelle Zeiten zu haben. Aber ich mag Speedrunnen, auch wenn ich Spiele durchspiele, nur nach meinem Wissen aus meinen Kindheitstagen. Wie zum Beispiel dieses Spiel gerade hier. Ich spiele das Spiel gerade so durch, wie ich es als Kind in Erinnerung hatte, als ich es damals durchgespielt hatte, zu 100% eben. Ich habe keinen Guide-offen, ich möchte auch von euch Spieler keine Hilfe haben, was die Blauen Münzen angeht. Ich möchte das Spiel so durchspielen, wie Gott es mir beigebracht hat, und zwar durch Kind sein. Das heißt, ewig lange Blauen Münzen spiele ich nicht, aber sei es drum. Wow, ich hätte irgendwie gedacht, das würde reichen. Komm auf die Wolke, schade. Und jetzt das Meme-Level, in dem ich sowieso immer wieder sterbe. Ah komm, wir haben genug Leben, YOLO-Zeit. Oh, komm schon, dem Mann ist das richtig flatt, so wie Speedrunner hier. Ein bisschen wie Speedrunner muss das hier aussehen. Oh, zu viel dazu. Na ja, man kann nicht immer schnell sein. Aber jetzt kann man schnell sein, komm schon. Da wollte ich zu schnell sein, da war ich zu schnell, schneller als Sonic, das geht aber nicht. Dann kommt dann die Speed-Polizei und sagt dir, nein, 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 du bist schneller als Sonic, das geht überhaupt nicht. Oh, na ja, fast. Oh, das ist gut, das ist schnell heute. Oh, da hatte ich keinen Drehsprung. Da habe ich nicht richtig gedreht und deswegen bin ich nicht weit genug gesprungen. Schade, schade. Diesmal machen wir es aber. Komm schon. Jawohl. Genauso muss das aussehen. Wow. Wieso bin ich gestorben? Ich habe einfach nicht A gedrückt. Ich bin nicht gesprochen. Wow. Ja, so bin ich auch noch nicht gestorben. Einfach sterben, weil man keine A drückt. Das war auch noch nicht passiert. Oh, was war das denn jetzt? Aber wir müssen doch schnell gehen. Es ist so schön, dass man hier so schön Tricks nehmen kann, so eine Rakete und diese. Das Level ist ja ansonsten wirklich blöd. Das stimmt. Vor allem kann es, genau, genau das kann nämlich auch passieren. Dass man beim Versuch, da runter zu gehen, stirbt. Nein. Nein. Ach, komm schon. Was für ein Müll, weil ich nicht auf Exit Area kam, weil ich auf Safe kam. Ja, ich könnte mir ja mal eine CD vom Spiel kaufen. Die gehen nur von unten kaputt. Was ist das denn? Okay, da ist die Nummer 6. Ich werde, glaube ich, das nicht mehr schaffen. Das werde ich nicht mehr schaffen. Oh, da war nicht die Nummer 7. Oder 8. Doch, da oben ist sie. Warum war ich nicht reingekommen? Nein. Nein. Oh, nein. Na gut, mit Öffi kann man es als Groß nichts mehr wirklich machen. Ähm. Aber dann, äh, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach mal den Graben machen? Den, den Graben, der gemacht werden muss. Aber das fass, fass, fass. Ja. Nein. So in die Richtung von Doppel F. Oh, ihr habt es geschafft. Nicht schon wieder online. Ich hasse es. Ich gebe es bald auf. Ich will den normalen Weg, aber nicht gehen. Ich möchte einfach nicht. Oh, diese Kanalisation. Sie ist verdammt nochmal viel zu tief. Oh, was? Nein. Ich dachte, ich würde er üben. Nein. Zum Beispiel könnten auch einfach Kildschweißer funktionieren und Kanalisationen nicht so tief sein. Wer hatte die Idee dazu, Nintendo? Feuert Sakurai. Der war schuld daran. Ich weiß nicht. Und jetzt war ich, warum tot? Ich bin viel länger gesprungen als... Was? Ich war niemals im Leben länger erboden als vorhin. Nie im Leben. Gut. Nicht so hoch. Gut. Wo ist jetzt das Ende? Da hinten. Habe ich schon mal gespielt. War nicht so lustig. Ja. Mein Gott. Das ist nicht bei meiner Auffassung nach eines der schwersten Level dieses Spiels. Ah, super. Ich kann mich schon umbringen gehen. So. Das nächste ist hier. Da muss ich ein bisschen gegensteuern. Oh, ich hasse dich. Oh. Oh, nein. Ich bin tot. Weil das Ding... Weil dieses Schleimteil auf meinen Platz gesprungen ist, wo ich gerade noch war. Hatte ich keinen Platz mehr, wo ich hier nicht zurückkehren konnte. Bin gestorben. Na, wunderbar. Oh, das reicht irgendwie nicht ganz. Ist da noch ein Zwischending? Nee. Aber es geht irgendwie dann doch. Ist schon teilweise jetzt blöd, mit so einem Ding dran zu gehen. Nein, wir hoppen einfach mal, dass das klappt. Nein, ich möchte nicht aufgesetzt werden. Vielleicht kann ich ja das dann nehmen. Oh, ich habe Angst. Nein. Nein. Wahrscheinlich meinst du das da unten, im Wasser, wo ich gerade nicht hin durfte, wegen der Hitbox von der Höhe da. Ja, das kriegt mich der Fisch schon. Leute, der Fisch schreckt mich nicht. Ja. Kein Fisch wird er heute. Was wird schon, naja, ich würde es jetzt nicht Feinste Qualität nennen, aber es ist ein Stream und ich glaube, ich werde es saufen. Was? Ich bin doch nur runtergetaucht. Wie ist damit denn da bitte wieder hochkommen? Cool, ich brauche die Liste hier und ich mich auf alle blauen Münzen suchen. 100% easy. Naja, das ging auch schon mal besser, als ich sowas sagte. Ja, theoretisch gesehen brauche ich das Boot nicht, ich weiß, aber mach das mal vor. Ohne Tools oder sowas, mach das mal vor. Man hätte auch schon von oben knurren, bedrohlich. Oh, der Witz, oh Mario, der Witz.